So, auf geht's wieder. Wir sind weiter hier am Start. Wir fahren das an so einem eigenen Wegpunkt. Da ist der Rutschsack. Nein, das ist aber ein falscher Rutschsack. Ist er da oder was? War das der Rutschsack? Ja, das war der. Okay. Jetzt haben wir jetzt erstmal Rutschsack ein. Aber hier ist noch ein Turm. Gehen wir zu dem Turm? Okay, dann gehen wir zu dem Turm. Wo ist der Turm jetzt auf der Karte? Da lang. 1010, brauche einen Officer für gemeldeten Drugendal. Bitte in die Bowery. Die Grafik ist so scheiße geil gemacht. Hier ist irgendwas in der Nähe noch. Irgendwas anderes. Alles piept. Oder ist das der Turm? Sack. So wird es so großspurig. Passt. Jetzt haben wir 1 und 3 geschafft. Dann ist noch ein Rutschsack. Gut. Das ist ein Verbrechen. Okay, müssen wir erstmal zu dem Verbrechen gehen. Ja, Spiderman. Schöner altmodischer Überfall. Zum klassischen Verbrechen. Schöner an. Wenden an. Okay. Das muss ich auch noch machen. Moment Spiderman. Moment Spiderman. Was ist denn das eigentlich für ein Wegpunkt hier? Etwas altes, etwas neues. 250 Wegpunkts. Hauptmission. Achso, okay. Nö, jetzt machen wir erstmal aus dem Quartal hier. Wie denkst du hier meine Rutschsack holen? Das machen wir jetzt hier ganz einfach. Wir holen uns auf jeden Fall den schönen Staff. Ja, ich bin's genau. Ja, Spinnmuskeln habe ich. Genau, hast recht. Das ist ein Scheiß. Alle Einheiten. Zeuge meldet Drogenhandel. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Alter, er ist mit dem Kopf aufgekommen gerade. So, haben wir den nächsten. Dann holen wir uns jetzt auch noch schnell. Dann machen wir Hauptmission. Alter, unter der Scheibe. Ich lebe mir blieben. Ja. Nächster. Fertig. So. Dann gehen wir zum... Achso, warte, da ist noch nichts hier. Machen wir die Nebenquest hier noch. Das nennt man eine Highspeed-Verfolgungsjagd. Okay, dafür gibt es keine 5 Sterne. Wenn wir keine 5 Sterne bekommen, nehme ich ihn. Das ist wirklich dreist. Bis dann. Geil gemacht. Schaut in der Sonne. Wow. Genau. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt sowieso schon zu viele irre Raser hier. Also Jess. Ich will da einfach so auf die Menschen alles herfen. So. Dann gehen wir jetzt zu dem Turm hier. Ich kann richtig fliegen. Die sind ja. Dase. Die sind ja. Die sind ja. Wir sind runtergedreht. Mein Name ist Beiderschwein. Na gut, wenn ich schon hier bin, dann nehmen wir die mit. Gebt mir dein Trinkgeld. Diebe, ich muss da hin. Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Ich bin runtergedreht. Ich bin runtergedreht. Ich weiß sogar nicht, wo mein Leben hin ist, aber okay. Mein Leben war auf einmal leberig. Ich lebe Schmibelmabelmisch. Lass mal zu meinem Motorzeug her. Das ist wichtiger als alles andere. Ist er nicht mehr da, oder was? Nö. 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 Jetzt haben wir keine Chance. Gelassen und entsichern. Gefällt dir das, Spider-Man? Wer hätte das gedacht Ich blockiere den Bürgersteig, okay Drogenhandel und Kriminelle Die sind ein Herz und eine Seele Kommt schon Leute, ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei Ich verliere sie Ich muss aufholen Ups, alles okay Lass mich am Knast raus Nur so Ich muss das beenden, bevor jemand verletzt wird Endstation Die Schrift Macht Spaß Hat er gesagt Antidroge Hab ich euch wehgetan, Jungs? Gute Nach So Stufe 3 haben wir schon Missionfähigkeiten haben wir Eine verfügbar haben wir da Was machen wir dann Das ist natürlich auch gut Eingesponnen rumschleudern Das ist das perfekte Treffer Ausweichfenster Ausweichfenster Was ist das? Was ist das? Krasse Moves, Alter Geil, Alter Das machen wir Schalten wir frei Okay Soll ich jetzt sehen Gut Haben wir Dann gehen wir zum nächsten Dom direkt Das sind Scheisse Ah Es geht wirklich Juhu! We don't need you here right now, right? Lelelelelele Geheimer Checkpoint Stufe 4 Blitzzeit Präsidium, ok. Gehen wir uns schnell nach den Rotzak holen. Macht ruhig ein Foto, wenn ihr ein Foto von mir wollt. Nein, ich mach nicht den Handtrick. Meine Abschlussballblume. Gehen wir uns zum nächsten. Typisch New York, dieser elende Drogenhandel. Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Das wird weh tun. Die Knochen breche. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Nimm das Geld und verreiß'n runter. Er lässt jetzt das Geld hier liegen, oder was? Alter, wie weit hat das geworfen? So ein Scheiß. Dann haben wir den Rotzak auch noch. An alle Einheiten, uns wurde eine Körperverletzung gemeldet. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Bam. "? Jetzt kommt der Knochen. auf geht's sie dürfen dem opfer nicht mehr wehtun kracht prügel gefällig ihr habt glück heute lebe durch prügel sterbe durch prügel sieht aus du hast das erfasst so jetzt gehen wir zur hauptaufgabe gehen